Herzlich Willkommen zurück zum Two-Point-Campus. Genau hier haben wir aufgehört und genau hier wird es jetzt weitergehen. Ja, das erinnert mich gerade an was. Nein, einer der Studenten wäre richtig, aber egal. Aufgaben bieten Ihnen eine Möglichkeit, außerhalb des Hörsaals Erfahrungspunkte zu sammeln. Es sieht aber danach aus, als bräuchten Sie neue Einrichtungen. Öffne deinen Posteingang und sieh, was Sie benötigen. Also, unser Posteingang. Willkommen zu deinem Posteingang. Hier kannst du Anfragen von Studierenden, Katastrophenwarnungen und Besuchsankündigungen einsehen. Manche Campusangelegenheiten sind zeitkritisch, halte also immer die Augen nach neuen Nachrichten offen. Wir haben jetzt aktuell eine Bibliothek, die benötigt wird. Entweder kriegen wir dann 11.900 oder sie kostet uns 11.900. Ich bin mir nicht sicher. Aber ich denke mal, diese Aufgaben, das sind unsere Aufgaben. Neun Stimmen zu, okay. 60 Tage. Ja gut, ich weiß nur nicht, wie schnell das jetzt hier läuft. Aber wir bauen das Zimmer. Im Badezimmer bitte nichts anfassen. Absolut gar nicht. Drei mal drei soll es groß sein. Bibliotheken sind aber wichtig. Deswegen, ich würde mal sagen, dass wir hier, da, so. Da machen wir die Bibliothek hin. Erstmal die Tür natürlich. Das ist klar. Was? Achso, hier muss ich drehen. Was bist du denn jetzt? Du bist der Eingangsbereich wahrscheinlich, ne? So mit PC und weiß ich nie was. Die stellen wir mal hier rein. Dann brauchen wir das hier, glaube ich, ist das. Achso, Lesekabine zu leise. Da braucht man dann vermutlich mehr von. Das ist... Ah, hier. Da. Da sind die Bücherregale. Genau. Die Frage ist, die müsste man ja eigentlich theoretisch so von zwei Seiten machen, ne? Muss man die irgendwie so... So. Da dann so ein bisschen Freilichs. So. Na, stell dich doch daneben. So, dann drehen wir... Upsala, dann drehen wir das Ganze um. Ist ein bisschen blöd gemacht hier mit der Kollision. Muss ich sagen, weil sich das nicht so richtig hier reinsetzt, teilweise. Aber, ja, ich denke mal, soweit ist das schon okay. Ich hoffe, die kommen dann auch hier zwischen, wenn ich da jetzt nur eins freilasse. Ich bin mir jetzt nicht sicher. Dann machen wir hier noch ein bisschen was hin. So. Dann hier nochmal an die Wände. Fenster brauchen wir nicht. Wir möchten ja nicht gestört werden bei unserem Lernprozess, ne? Das ist hoffentlich klar. Hausmeister für Aufräumarbeiten benötigt. Dann haben wir hier alles so einzeln nur. Okay, die sahen jetzt eben so ein bisschen anders aus. Nun zu Onkel Nigels Kummerkasten. Sie bringen den Kummer, ich den Kasten. Das Problem der Woche stammt von hilflos in Hoxport und lautet, ich sitze in meinem Bad fest, weil der Türgriff abgefallen ist. Was soll ich jetzt tun? Was soll ich jetzt tun? Nun, ich würde an ihrer Stelle von anonymen Hilferufen absehen und stattdessen einen Freund oder die örtlichen Behörden kontaktieren. Viel Glück! Und so weiter. Okay. Also ich hoffe, die kommen da jetzt noch durch. So. Äh. Ist es da zu leise? Lesekabine. Gameplay-Effekte. Was? Objektwert. Keine Ahnung, was das jetzt hier bedeuten soll. Achso! Das ist hier komplett über dem Raum drüber. Ah, okay. Okay. Baue Bibliothek. Das haben wir auf jeden Fall jetzt schon mal gemacht. Ich würde sagen, dass wir auch so ein bisschen Dekoration hier noch in die Nähe der Bibliothek reinbringen. Weil die Leute müssen ja auch wissen, da ist eine Bibliothek. Da möchte ich jetzt arbeiten oder was lesen oder was weiß ich was. So ein bisschen gemütlicher machen. Ich finde, das sieht schon ganz gut aus. Stelle einen Mitarbeiter vom Typ Assistent ein. Hier war das, ne? Vom Typ Assistent. Ach, deswegen dieses Zeichen da drüber. Hm. Okay. Äh, was ist mit dem? Komödiantisches Timing. Macht Menschen glücklich, unterhält sie. 5% Chance auf auflockernde Komik. Na, ob das jetzt so unbedingt da drin sein soll, ich bin mir nicht sicher. Bibliotheksverwaltung. Steigert die Lernkurve in der Bibliothek. Das hört sich schon mal gut an. Bringt sich selbst zum Lächeln. Plus 4% Zufriedenheit. Das ist der teuerste. Aber man gönnt sich ja sonst nichts. So. Du machst das bestimmt alles sehr gut hier drin. Walte deines Amtes. Schließe eine Aufgabe im folgenden Raum ab Bibliothek. Achso, ja. Gut. Okay. Da müssen wir jetzt natürlich erstmal warten, bis die dann auch tatsächlich alles hier gemacht haben. Ich hoffe, einige unserer Studierenden arbeiten gerade in der Bibliothek an Aufgaben. Aufgaben abzuschließen ist eine tolle Möglichkeit. Ja, das wissen wir doch alles. Das wissen wir doch alles. Oh, und das geht auch relativ schnell. Und die scheinen ja auch keine Probleme zu haben, da rumzulaufen. Das finde ich sehr, sehr gut. Ich hätte hier vielleicht nochmal rechts und links Pflanzen. Aber ne, das wäre dann wieder mit Kollisionen, ne? Höchstens hier im Eingangsbereich hätte man Pflanzen hinstellen können. Bei Pflanzen verbessern das Wohlbefinden. Ne? Das wissen wir alle. Gerade wenn man lernen soll, ist es natürlich gut. Vorlesung im Studiengang. Forschologie mit Note B. Ist das jetzt hier drin? Oder, äh, sehen wir mal, wie die Studierenden sich in ihrer nächsten Vorlesung machen. Doch, ich denke mal, das ist wieder hier drin, oder? 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 Hier ist noch gar keiner drin. Leute! Wo ist denn jetzt eure Vorlesung? Egal wie groß der Druck auch sein mag, das Urinieren auf Campus-Eigentum ist verboten. Kann man auch nicht draufklicken, damit man es genau sieht. Also hier ist auf jeden Fall keiner drin im Vorlesungsraum. Hier unten scheinen sie hoffentlich ein bisschen intelligenter zu werden. Naja, vielleicht auch nicht so wirklich. Clowny ist bei der Arbeit! Mal schauen, ob er es jetzt besser kann. Ähm, ja, hier ist jetzt keiner mehr. Da haben sie jetzt quasi schon studiert. Da sind sie sozusagen auch am Studieren eigentlich. Ich weiß es nicht. Wir können dem anscheinend nicht so wirklich folgen gerade. Wir können einfach nur gucken, was jetzt hier gerade passiert. Clowny strengt sich sehr, sehr, sehr dolle an. Mal schauen. Wird ein bisschen belästigt von dem Kerl hier unten. Ja, hat den richtigen Knopf gefunden. Das ist schon mal sehr gut. Richtige Mischung vom Konfetti hat er auch hergestellt. Das ist auch gut. Wir klauen ihn mal an. Er ist auch ziemlich zufrieden, muss man sagen. Vorlesung Forschologie. Was ist das? Was knallt und stinkt? Hm, gute Frage. Aber er scheint auf jeden Fall bald dahinter zu kommen, so wie es aussieht. Ah, hier wird schon das Mittagessen vorbereitet. Na, Clowny, bitte. Also jetzt keine Spiele hier während der Arbeit spielen, ja? So geht das nicht. Du musst ein bisschen was lernen. Ich hoffe, alle verstehen, dass ich das sehr liebevoll meine. Und nicht als Verarsche oder so hier mit Clowny. Ähm, was haben wir jetzt? Deine Studierenden haben sich von drittklassigen Trotteln zu durchschnittlich guten Eierköpfen entwickelt. Ja! Ja! Fassen wir doch mal zusammen, wie dir dieses Kunststück gelungen ist. Ja? Okay. Können wir gerne. Also. A und O der Campusverwaltung. Bilden. Stelle besseres Personal und Einrichtungen ein, um die Noten der Studierenden zu verbessern. Wobei mir die eher so ein bisschen wie Angela Merkel aussieht. Ob das jetzt eine Verbesserung ist, weiß ich nicht. Äh, Ernährung. Sorge dafür, dass sich die Studierenden wohlfühlen, um ihre Lernkurve zu erhöhen. Ja, das heißt, liebe Kinder, keine Schokolade oder sonstige Süßigkeiten. Nur mal zwischendurch und in kleinen Mengen. Ansonsten sehr viel Obst und Gemüse essen und ja, überhaupt alles, was halt intelligenter macht, ne? Und aufgeweckter und wacher erweitern. Verdiene mehr Geld, indem du deinen Campus vergrößerst und mehr Studenten anlockst. Hausmeister zum Reinigen verstopfte Toiletten benötigt. Und natürlich Hausmeister zum Reinigen von verstopften Toiletten einstellen. Glückwunsch! Du hast für das Erreichen deiner Ziele etwas Kudosh verdient. Ich hoffe, dass das die Währung ist. Äh, verwende dein schwer verdientes Kudosh, um neue Objekte, Personal, Outfits und Innenausstattungsoptionen freizuschalten. So, heißt jetzt was? Schalte ein Objekt mit Kudosh frei. Öffne das Objekte-Menü und wähle ein gesperrtes mit dem Kudosh-Symbol. Achso, das ist dieses, aha, das ist dieses gelbe Symbol hier unten. Ah, okay. Dürfen wir aber nur hier machen, so wie es aussieht gerade. Und das sind die. Der Froschabfalleimer. Fütter mich. Quack. Ja, könnte die Studenten erziehen. In eine positive Richtung. Ach du Scheiße. Warum erinnert mich das jetzt an den neuen Barbie-Film? Beides sieht genauso behämmert aus. Ähm. Egal wie groß der Druck auch sein mag, das Urinieren auf Campus-Eigentum ist verboten. Also 230 haben wir. Was ist das hier denn? Clown-Kommode! Was ist denn jetzt los, hallo? Hilfe! Was war denn das gerade? Ich höre gerade Radio Campus mit Maggie Wattmore. Ich weiß endlich, was dieser Knopf da macht. Aha. Keine Ahnung, wozu ich das brauchen sollte. Aber wer weiß. Zur Übung gleich nochmal. Super. Also ich würde normalerweise sagen, dass wir hier irgendwas wichtiges freischalten sollten. Großmeister der schnellen Kehrtwende. Staubsauger. Ist natürlich nicht verkehrt. Ich weiß aber nicht, ob die die tatsächlich so benötigen. Äh. Was ist das denn hier? Darf ich nicht machen? Oder was? Was ist denn das? Ich will da jetzt nicht draufklicken. Das ist jetzt mein Problem. Das sieht mir... Hier kann man auch nicht direkt draufgehen. Das sieht mir nämlich so aus, als ob man das gar nicht machen kann, weil das irgendwelche Event-Sachen vielleicht sind. Schade. Weil die anderen, da kommt ja immer so was, dass man das halt freischalten kann. Also ich schwanke tatsächlich noch zwischen dem Münztelefon und... Obwohl ich könnte beides nennen, ne? 55, das ist schon mal gut. Dann würde ich sagen, die Spinde. Die Spinde schalten wir frei. So, für einen Aufenthaltsraum. Ist das denn hier? Hausmeister zum Reinigen verstopfter Toiletten benötigt. Wunderbar. Tote Sprache, das Goff-Bücherregal. Hört sich auch sehr interessant an. Clownstruhe und Fug für jede Gelegenheit. Sowas muss natürlich ein jeder Student unbedingt zu Hause haben. Äh, wir nehmen jetzt erstmal die Münztelefone. Ähm, und die Clownstruhe. So, das mache ich jetzt extra für Clownie nehmen wir die Clownstruhe. Mal schauen, müssen wir doch irgendwas anderes Wichtiges haben? Achso, Wasserspender wäre vielleicht auch nicht schlecht. Den nehmen wir auch mal mit. Den habe ich total übersehen, ehrlich gesagt. Ähm, hier oben sind die freigeschalteten Sachen. Was ist das denn hier? Frühjahrsgericht. Okay. Cabriotisch. Na ja, gut. Schau mal, Seifenblasen. Hm, das sind jetzt alles nicht so unbedingt Sachen, die man jetzt haben muss. Ein Leben ohne Duschen ist theoretisch möglich, aber sehr einsam. Ja, wir wissen es mittlerweile. Wir wissen es. Die Rampenlampe. Ich kenne nur die Rampensau. Aber gut, die wird wahrscheinlich auch eine Rampenlampe dabei haben. Ähm, theoretischerweise würde ich sagen, wir nehmen noch so einen Spielautomat, damit die sich zwischendurch mal so ein bisschen, ne, so ein bisschen ausruhen können und so. Und dann würde ich sagen, ich stehe mir auch noch so einen Tisch mit Essen noch rein. Sollte jetzt eigentlich erstmal genügen, würde ich sagen. Also das, das lassen wir erstmal. Ich habe meine Brille verlegt und kann euch zum nächsten Beitrag daher nichts sagen. Wie mir berichtet wurde, ist das alles ziemlich ironisch. Hugh, du bist dran. Was haben die denn jetzt hier gerade gemacht? Verfügung über fünf Mitarbeiter. Ja. Ja, die Lage ist äußerst angespannt hier in der Mensa des Duckworth Campus, wo eine der Küchenaushilfen eine Kontaktlinse verloren hat. Offenbar ist die Linse höchstwahrscheinlich bei der Zubereitung einer besonders großen Lasagne verlustig gegangen. Aktuell werden alle Studierenden aufgefordert, vor dem Zubeißen einen genauen Blick auf ihre Portion zu werfen. Bis jetzt ist die Kontaktlinse allerdings noch nirgendwo zu sehen. Die Lehrer haben alle irgendwie so eine komische, das ist so eine komische Haltung. Ich weiß auch nicht. Ähm, der sieht eigentlich ganz gut aus. Schwache Blase, ekelhaft, schlechte Körperhygiene. Der sieht vielleicht doch nicht mehr ganz so gut aus. Stehlerne Blase, das ist sehr schön. Bewegt sich allerdings langsamer. Schwache Blase, Herumtrödler. Naja. Aber wir brauchen ja eigentlich nur einen, zumindest bisher nur einen. Ähm, wer kennt eigentlich Professor Unrath? Das war ein sehr schönes Buch bzw. Hörbuch. Lässt Müll fallen. Was ist das denn für einer? Wir nehmen mal hier den Herumtrödler. Komm, wir müssen ja irgendwie... Achso, den müssen wir... Ich stelle den mal hier hin. Guck mal, kannst du direkt eine doppelte Vorlesung halten. So, baue folgendes Zimmer. Personalzimmer. Das machen wir doch noch. Ähm, Personalzimmer hier. Sollte dreimal zwei sein. Ich würde mal glatt behaupten, da wir jetzt hier auch... Ich wollte jetzt auch mit den Schlafräumen eigentlich weitermachen. Eins, zwei, drei. Zur Erinnerung, man isst, was man isst. Wer also Müll in sich reinschaufelt? Ja. Ja, ja. Wir machen es mal so. Ich hoffe, das geht. Wir müssen nur eine Tür und einen Raum haben. Dann haben wir schon Personalraum. Das ist doch sehr schön. Ähm, wir können quasi alles hier reinstellen. Was wäre denn wichtig? Ablagefächer. Für die Mitarbeiter. Das ist natürlich sehr, sehr wichtig. Die können wir direkt mal alle hier reinknallen. So. Dann machen wir natürlich eine kleine Ecke. Wo sich das Personal dann auch mal so ein bisschen entspannen kann. Mh. Mh. Es ist zwar blöd, weil das alles unterschiedliche Farben sind, aber naja, mein Gott. Mh. Das ist doof mit dem Tisch. Hausmeister für Aufbauarbeiten benötigt. Mit dem Tisch. Wir erwarten einen Unkrautbefall auf dem Campus. Ach, hei je. Moment. Da muss ich gleich hin. Da muss ich, äh, muss denen nur noch was zu essen anbieten hier. So. So. Ja. Abschließen. Genau. Entschuldigung. Ähm. Unkrautbefall. Unkrautbefall. Oh je. Oh je. Oh je. Oh je. Und was mache ich jetzt damit? Was mache ich denn jetzt? Äh. Äh. Ach so. Das kann weg. Beziehungsobjekt Anfrage. Okay. Oh je. Wir waren ja schon befreundet, aber jetzt hat sich auch noch romantische Gefühle entwickelt. Ähm. Okay. Wanda ist bei uns und wird uns gleich erzählen, wie man am coolsten durch das County kommt. Tja, so spielt das Leben, was? Äh. Liebestrompete mit 50, äh, freischalten und platzieren. Das ist hier. Das ist das Verkehrsmittel der Stunde. Seid ihr schon Bus gefahren? Oh, das ist einfach fantastisch. Ach so, wegen der Liebes... Ach so, nee, nee, nee. Dann jetzt nicht. Bussen sind die riesige Autos, die ihr nicht selbst fahren müsst. Eine Wippe. Ihr könnt die Landschaft bewundern, am Handy daddeln. Also alles, was ihr sonst auch beim Fahren so macht. Nur, dass es im Bus deutlich sicherer ist. So, machen wir eine Wippe hier rein. Ein Leben ohne Duschen ist theoretisch wirklich, aber sehr einsam. Lehrbuchkabine benötigt. Und, äh, Lehrbuchkabine benötigt Bibliothek. Hä? Also mit anderen Worten, da sind jetzt zu viele und die haben keinen Platz mehr. Oder wie soll ich das jetzt verstehen? Da sind aber doch nicht zu viele. Ne, ne, also das ist, das ist Quatsch. Äh, Bilanz-Mai. Mitarbeitergehälter. Geht natürlich runter. Und wir haben nicht so viel Gewinn. Okay. Na gut, wir müssen jetzt aber eigentlich noch eine Aufgabe abschließen. Aber ich würde jetzt erstmal sagen, dass wir hier uns definitiv noch darum kümmern. Moment. Ich weiß nicht, ob dann auch wirklich mehr Leute hier hinkommen. So, Schlafsaal. Zack. Entgegen der Gerüchte ist der Campus keine öffentliche Toilette. Die natürlich jetzt komplett falsch platziert wurde. Äh, Filter zurücksetzen. Freies platzieren. Ja, kann ich nicht, weil... Ah ja, doch. Kann ich ein bisschen zur Seite setzen. Okay, perfekt. Dann, äh, nehmen wir hier erstmal eine andere Farbe von Bett. So, dann stellen wir mal einen Schreibtisch daneben und einen Schrank. Zack. Und... Zack. Bin mir grad nicht sicher, wie das jetzt ist. Ob die jetzt eigentlich auch was kosten. Ja, doch. Miete pro Jahr. 4.000? Ach, du Schande. Oje, oje, oje. Ich hoffe doch mal. Monatlicher Gewinn ist erhöht. Assistent in die Bibliothek, bitte. Danke. Schließe zwei Aufgaben ab. Ja, das Problem ist, ich will diese komische Liebestrompete da nicht holen. So einen komischen Quatsch braucht doch keiner. Ist das für drinnen oder für draußen? Man kann's draußen auch hinstellen. Ähm... Ich stelle mir die einfach hier hin, so. So. Zack. In der Hoffnung, dass die da nicht kaputt geht. Oh mein Gott. Ach nee, ich dachte schon, der erste kommt direkt angerannt. So, ah, eine Liebestrompete! Ich puste da jetzt rein und finde meine Traumfrau. Ähm... Wobei hier irgendwie... Und bis auf dieses komische Etwas hier... Scheinbar nur Männer rumlaufen. Ähm... Gibt's hier echt keine Frauen auf dem Campus? Mir ist es ja kein Wunder, wenn die Kerle schwul werden, ne? Was ist mit dem hier? Achso, der... Ich dachte, dem geht's nicht gut. Ähm... So... Ist das... Nein! Unmöglich! Was? Achso. 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 Klauni mochte ihn nicht so. Ich weiß es nicht. Vielleicht drückt er doch noch in die Tropete rein. Was ist das denn hier schon wieder? Ah, schließe zwei Aufgaben ab. Sehr schön. Ich weiß nicht, warum es jetzt erst abgeschlossen war. Ich habe ja hier die beiden Aufgaben schon stehen. Erfülle zwei persönliche Ziele. Ähm... Achte auf E-Mails von Studierenden mit Anfragen in Bezug auf persönliche Ziele. Oder wähle Studierenden... Och, der Arme, der muss jetzt hier alleine. Ähm... Oder wähle Studierende an, um ihre Ziele einzusehen. Platzierende... Äh... Alles auf einmal hier. Glückwunsch, du hast das Studienjahr gemeistert. Sehen wir uns jetzt die Jahresendbelohnung an, um herauszufinden, wie wir uns geschlagen haben. Nehmen wir das dazwischen. So, ich muss das selber drücken. Kein Abschluss. Zehn sind im Studium geblieben. Prüfungsnotendurchschnitt lag bei 82%. Verwiesen wurde keiner, durchgefallen ist keiner und es gab keine Abbrecher. Eine hundertprozentige Bestandenrate. Das ist es gleich. Die Jahresendwertung steht fest. Sieh mal eine an. Die Sommerpause ist die perfekte Zeit, um dich auf das bevorstehende Jahr vorzubereiten. Baue Einrichtungen, gib viel Geld für Dekorationen aus und sonne dich im Ruhm des vergangenen Jahres. Bin ich auch für. Aber, ja, das Spiel hat mir jetzt quasi den perfekten Abschluss vorweggenommen für die heutige Folge. Wir haben das Jahr beendet und damit würde ich sagen, machen wir hier erstmal einen kleinen Cut, eine kleine Pause. Und, ja, sehen den Rest dann, beziehungsweise das neue Jahr dann, in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao. Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren. Bis dann! Bye!